Ja, wir haben heute alle einen Begriff mitgebracht, den wir so ein bisschen umschreiben werden. Philipp, bitte, dein erster Begriff. In meinem Begriff geht es darum, meistens die verbalen Beschimpfungen zwischen zwei Leuten oder von Gruppen zu anderen Gruppen von Leuten, die meistens über soziale Medien oder über Privatnachrichten im Internet verbreitet werden. Und zwar, was weißt du über Cybermobbing? Cybermobbing ist, wenn man jemanden im Internet beleidigt. Cybermobbing ist Händeln oder Mobben übers Internet und das kommt oft bei Jugendlichen vor. Was weißt du über Heta? Heta ist jemanden im Internet, jemanden beleidigt, gemein ist. Es ist jemanden, keinem春 irgendwie vor. Vielen Dank.